Reisetagebuch 1, 14. Mai 2020, 15.30 Uhr. Mein Bus hält am Stadion Lichterfelde. Für mich als großen Fußballfan ein ganz besonderer Ort. Denn das Stadion ist die Heimat vom Regionalligisten Viktoria Berlin, die im Jugendbereich übrigens der größte Verein Deutschlands sind. Aufgrund der aktuellen Lage darf hier allerdings schon seit Wochen kein reguläres Training mehr stattfinden. Ich schaue mich ein wenig um. Die 91 Jahre, die das Stadion mittlerweile auf dem Buckel hat, merkt man ihm nur teilweise an. Zur Tribüne und dem Platz komme ich an diesem Tag nicht, der Durchgang ist blockiert. Doch ich habe noch sehr gute Erinnerungen an das kleine Stadion mit seinen grünen Plastiksitzschalen und der blauen Laufbahn. Denn ich hatte in dem Stadion meinen ersten großen Einsatz als Kampfrichter in der Leichtathletik. Ich beschließe eine Runde, um Stadion zu drehen und gehe in Richtung Willigraf-Gymnasium. Ich komme an zwei Trainingsplätzen vorbei, wo doch erstaunlich viele Menschen etwas Sport treiben. Irgendwann biege ich auf einen Parkweg ein und stoße so auch auf das Vereinsheim von Viktoria und den Tuss Lichterfelde. Nach einigen Metern komme ich zu einer Brücke, die über den Teltow-Kanal führt und muss leider feststellen, dass es keine Möglichkeit gibt, das Stadion noch von einer anderen Stelle aus zu betreten und ein paar Fotos zu machen. Ich beschließe also, mich nun zum zweiten Anlaufpunkt des Tages zu begeben. Nach elf Minuten Fußweg laufe ich in die sehr unscheinbar wirkende Nikolai-Straße. Am Ende der Straße befindet sich die Fabrik Robert Abraham Sohn. Gebaut wurde sie 1928 nach den Plänen des Berliner Architekten Martin Albrecht Punitzer. Namensgebend war die Mess-Instrumente-Fabrik Robert Abraham Sohn GmbH. Das Fabrikgebäude wird heute als Bürokomplex genutzt und es hinter zwei Trauerweiten etwas versteckt. Doch allein die auffällige gelbe Farbe macht es unübersehbar. Die vielen großen Fenster und abgerundeten Kanten machen das Gebäude in der Nikolai-Straße definitiv zu etwas Besonderem. Hier endete mein erster Ausflug zu den Städten der Moderne in Berliner Südwesten. Es wird aber definitiv nicht mein letzter gewesen sein. Das war's für den Städten der Moderne in Berliner Südwesten.